Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Survivor! Och leck mir am Arsch! Die hat mich nicht gesehen? Die trauen mir denn hier irgendwas anzufassen? Komm mal anfangen hier! So, Sarina heute! Ich hab Sarinas! Was willst du? Wollen wir eventuell mal wieder zu spielen? Ich hab keine Zeit zusammen zu spielen. Komm schon. Komm schon spart es. Komm schon! Komm schon. Komm schon. Weg, du hast mich nicht gesehen. Och, was ist denn jetzt? Oh, leck mir doch an, die Popperz. Okay, bis gleich. Och, vom Regen in die Traufe. Leck mir doch an. Ah! Der ist nervös. Pref diese Mer chase diese Mer. Der ist, das ist res anne. Und dann Lay. Okay. Oh, da ist er Hallo, geht ihr weg? Bitte? Danke? Oh, jetzt hat sie es auch. Ich suche immer noch Gents. Ich finde keinen. Ich habe ihn gesehen. Die Arschkrampe. Die Arschkrampe. Die Sau. Die Arschkrampe. Die Arschkrampe. Ja, warum holst du mich nicht runter? Hallo? Juin? Danke. Die Arschkrampe. Ja, da ist das zur Hälfte schon aufgebraucht. Die Arschkrampe. Die Arschkrampe. Oh, was denn jetzt passiert? Nein! Komm. Oh, diese hässlichen kleinen Dinger hier. Diese Pop-up-nachrichten. Ich muss das ausschalten. Das geht nicht hier oder im Sack. Die Arschkrampe. Ich bin jetzt mit dem Arsch drauf gekommen. Ich wollte doppeles freundlich sein. Heilst du mich nochmal? Ja, bitte. Danke. Also Juin, nimm es mir nicht übel, aber ich mache es da alleine. Such mir jetzt einen Jen. Woanders. Weit weg. Der ist gleich fertig, alles klar? Ich helfe dir schnell. Da ist der Schnauern durch. So. Weißt du, wo ein Jen ist? Weißt du? Der ist fertig. Ich hasse diese Koppe. Das ist falsch. Das ist schwer. Ich habe dasChrist, so. Ich habe das Angst vorgemacht. Ich habe das Angst vorgemacht. Wir fieident. Wir fieation mich zu Hause. Das ist wie ein Tal. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, komm. Back here, komm. Nein! Leck mich doch am Arsch. Ich hasse diese Karte so sehr. Wer wünscht denn das? Ich hasse diese Karte so sehr. So sehr. Ich finde dort nichts. Aber weil ich sie auch nicht kenne. Ganz schlimm. So, na gut. Jetzt schauen wir noch ein bisschen zu. Okay, die Platz hat hier. Ich habe bloß eine weggerannt, die andere hat da gar nichts. Jetzt hat er es nämlich gesehen. Nice, hat er es erwischt. Das klappt halt nicht immer, ne? Run-Modus an? Hi! Das ist bloß ein Tausch. Was macht ihr? Ich will dort die haben, weil dort die Mohren kann. Die hängen mir jetzt schnell hin. Oh. Oh. Der Weg ist jetzt weiter. Ah! Das war ein Fehler. Ich geh da jetzt, Morin. Das müssen ja noch drei Gems sein. Die hat sie sterben lassen. Also wenn die jetzt die Luke finden würde. Wo ihr? Ach, na ja, na ja, na ja. Aber es ist mir nicht eine vollständige Runde. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen rastlichen Tag. Und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight Survival. Is that it? Ciao!